Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde Skyforge! Skyforge! Willkommen! Willkommen, Leute! Wir wollten zur Höhle des Unbekannten. Ja! Meine Speer-Tante, die ist auch hoch. Alles klar! Wenn sie so richtig nahe gezoomt, sehe ich einfach nur noch einen Turnschuh und einen Viech. Alles klar! Meine macht nämlich schon Powerwalk, jetzt in Vivi drin. Ach, guck mal, die Füße! Die sind unten drin. Siehst du das? Nein. Die laufen trotzdem noch. Wie geil sieht das denn aus? Ah, ich krieg die Krise. Ich lieb dieses Spiel. Okay. Ich auch. Ich geh auch mal auf mein Cheater-Tier. Mach das! Ta-ta-ta-ta! Okay. Cheater-Tier, Cheater-Tier. Reiben wir in den Sonnenuntergang. Auf zur Höhle des Unbekannten. Ist das überhaupt in der Richtung? Ähm, das ist rechts. Wo ist rechts? Da ist links. Wo ist... Hä? Ach, da! Okay. Enter. Enter. Du bist schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Wo ist meine? Oh, meine rennt mir wieder hinterher. In Speedy-Gonzalez-Move! Zombie-Modus-Activated. Zombie-Modus-Activated. Ah, schön. Okay. Höhle ist unbekannt. Aha. Okay, wir müssen mit dem Hüter reden. Okay. Hi, Hüter. Und ich stehe... Also mein, jeder Tier steht im Hüter. Und ich stehe in dir im Hüter. Tja, dann würde ich sagen Space. Ja, ich habe schon Space gedrückt aus Versehen. Achso, Entschuldigung. Ich stehe dich gar nicht. Ich stehe dich gar nicht. Ah! Wo guckst du eigentlich hin? Der guckt hoch! Ich bin so relativ gut. Ach, ich bin so relativ gut. Ich bin so relativ gut. Ach. Ich bin so relativ viel unterwegs. Ach. Ach. Okay. Wenn sein Sohn wurde entführt. Gelang er in die Höhle. Oh! Okay. Ähm. 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 Ähm, sind wir jetzt in der... Ah, wir müssen laufen! Sind wir jetzt gerade durchgel... Wir sind gerade durch eine Höhle gelatscht, ohne durch die Höhle zu latschen. Wo ist denn der Sohn? Gute Frage, nächste Frage. Ich laufe sie jetzt einfach mal direkt zu diesen Töpfen. Ah, nein! Mach sie kaputt! Ähm, beseitige die Kadaver in ihrem Versteck. Okay. Wir müssen wieder Kadaver töten. Okay. Wer ist denn das? So, Kadaver down. Nächster Kadaver down. Nächster Kadaver down. Ein Kadaver kommt selten allein. Es sind Rudeltiere. Hahahaha. Wie geil! Eine Rudel! Eine Rudelschwäne! Genau! Ah, ist das schön! Ah, ist das schön! Immer diese Rudel! Ja! Ich hab hier eine uralte Truhe. Das ist gut! Da finden wir Artefakte drin. Das ist auch gut! Ja! Entweite Ruinen. Das ist nicht so gut! So heißt sie fest. Ach so. Das ist gut! Das ist gut! Oh, ich hab meine Maus weggeschmissen. Alles klar, das ist nicht so gut! Hi! Hallo! Hi! Truhe! Öffne dich! Truhe! Öffne dich! Rudeltiere! 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 Ganz viele Rudeltiere! Und Rudeltöpfe! Was ist denn das da unten? Oh! Ein Aschkar, das Stinkmaul! Okay! Oh, was ist denn das? Oh! Oh, ein toter Mensch! Ist das der Sohn? Ich hoffe nicht! Ich hoffe es auch nicht! Können wir da hoch? Katze! Das ist doch meine uralte Truhe! Ich liebe die Musik hier! Hab ich das schon gesagt? Nein! Aber jetzt ist es doch wenig! Ich liebe diese Truhe hier! Oh, eine Truhe! 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 Und da auch nur eine Truhe, oder? Ja! Ich glaube wir müssen uns hocharbeiten! Das hast du jetzt gesagt! Aber da unten sind auch noch... Hier ist auch noch eine Truhe! Stinkmaul! Wollen wir nicht erst Stinkmaul töten? Na egal! Wo ist noch eine Truhe? Da ist noch eine Truhe! Hallo! Hallo! War hier noch eine Truhe? Nein! Nur die eine Truhe war hier! Vor allem ist da wieder Pupsaft drin in diesen Drohnen! Pupsaft? Pupsaft! Oh! Was ist Pupsaft? Das grüne Zeug, was da drin schwebt! Ah! Das ist Pupsaft! Achso! Ich dachte das wäre Darmgas! Nein! Das sind die schwebenden Bobbel! Guck! Pupsaft! Jede Menge Pupsaft! Ja! Das stimmt! Das ist das Zeug, wo man pupst, was hinten mit rauskommt! Boah! So was ist aber heutzutage feuchter Furz! Ja! Oh guck mal da ist einer! Bist du... Willst du retten? Ich rette sie! Rett du mal! Ich hab vorhin schon gerettet! Ich hab so viel gerettet schon! Ich werde dich immer anbeten! Dankeschön! Dankeschön! Ich führe mich so eklig, weil ich so viele Leute gerettet habe! Ist doch alles gut! Braucht nicht so viele Anhänger! Ja! Menschen! Die Steine sind vollkommen okay! So! Hol dir die Waffe! Oh! Guck mal hier! Moment! Ich komme! Toll! Da ist ein Baum! Uh! Ein Altar oder was? Ja! Was steht denn da drauf? Aha! Interessant! Keine Ahnung! Richtig schön! Drüben ist ein Lager! Und jetzt müssen wir noch den Typ da unten töten! Genau! F! Lalalala! Juhu! Auf in den Kappen! Der hat geschnüffelt! Der schnüffelt! Ich hab meine Olle verloren! Upsi! Aua! Fällt dir früher! Ich bin halt auch ein schlechter Arbeitgeber! Ich gebe es zu! Ich gebe es zu! Ich kann das nicht! Und jetzt wieder. Im Moment. Da.. Dau! Die, die! Dau! Die, die, die! Dau! Dau! Ich frage mich ja, wo die die Namen erfunden haben. Azka. Dau! Das stinkmaul! Askar! Keine Ahnung, was das für eine Sprache sein soll. Ja. Oder so Askar, das Stinkmaul. Askar? Askar. Da steckt ja das Wort H drin. Ja, stimmt. Frage das H. Genau. Frage das H. Stinkmaul. F. F? Äh. Äh, ich muss mal kurz meine Tasche lehren, ich hab wieder einen Stock um den Arsch. Echt? Ich hab so viel gar nicht, glaub ich. Oh, doch, ich habe sehr viel. Fick. Äh, Entschuldigung. So, Selmo. Verkaufen. Äh, ich krieg immer nur grüne Sachen. Oh Mann. Verkaufen. Ja, ich krieg auch noch grüne Sachen. Verkaufen. 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 Sie hat einen Stock im Arsch. So. Denn da vergaß sie zu verkaufen, ihr ganzen Scheiß. Der Weg in dieser Brücke füllt so statt. Es scheint, als wollte die Armee des Todes... Schön, danke. Was, ihr wolltet sich bedanken? Das könnt ihr ja kaum glauben. Ja. Die Quest war schon... Oh. Das Gerede war schon wieder so schnell weg. Achso, ich konnte es nicht in Ruhe vorliegen. Sie konnte... Aber die Map, die ist schon riesig. Aber die Map, die ist schon riesig. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Hehehehe. Hehehe. Freu mich. Geht mir genauso. Immer auch mal ohne Neue. Ich bin so frustriert. Ich muss mich jetzt umziehen. Nein. So. Ich habe jetzt meinen, ähm... Ausgehklamotten an. Okay, auf geht's. Da haben wir die Schlucht. Boah. Let's go. Boah, sieht das schön aus. Ja. Meinst du, wir können da mal runterspringen? So, just for fun. Wo tauchen wir denn dann wieder auf? Du kannst ja nicht runterspringen. Echt jetzt? Hast du schon... So. Ich versuch's gerade. Mann, oh. Andere Seite. Ja. Geht auch nicht. Toll. Ganz toll. Ey, da drüben ist wieder ein Mensch. Warte mal kurz. Kann ich da drüber springen? Natürlich nicht. Ich will nicht von mir mit diesem Typ kämpfen. Wo ist ein Mensch? Da. Ich befreie ihn mal kurz. Ah. Und ich hole mir das Loot. Ich bin am Leben. Ich find's aber lustig, dass die dann explodieren. Ja. Wenn die am Leben sind. Floing. Sammeln erstmal das ganze Loot ein. Man darf die Kristalle ja nicht vergessen. Die sind wertvoll. Also ich muss sagen, gefrorene Melone schmeckt als Energy Drink nicht so geil. Das glaub ich. Deswegen hab ich Kirsch-Energy. Ich hab Kirsch-Energy. Kirsch? Oh, ich glaub das schmeckt auch gut. Ne? Weiß nicht. Müßte ich mal ausprobieren. Nach Hut des Todes. Beseitige die Patrouillen der Armee des Todes auf der Straße nach Toremus. Aktiviere die Patrouillen-Sonde. Okay, tun wir das. Let's go. Let's go to activated the song. Und wir haben unsere ganzen Sklaven verloren. Äh, ich meine Mitarbeiter. Da ist das Dauber. Das war so tragisch. Naja, ich hab's nicht mal mitgekriegt. So tragisch kann das gar nicht gewesen sein. Ich hab's auch nicht so richtig mitbekommen, wo meiner gestorben ist. Schlecht. Stierp. Hm? Da ist ein Stor. Nehme dir. Ich hab Schlagringe. Diese Musik hier ist so episch. Nehme dir den Stor. Ich nehme ihn mir. Buchnein. Er ist weg. Nicht so dramatisch. Alles gut. Okay. Alles gut. Oh, heil Zauberer. Du stirbst jetzt mal zuerst. Er ist Dau. Und weiter jetzt. Der Kadabra Henker. Ne, ne, ne. Nein, ich wollte... Ne, ne, ich seh ich gar nicht ein. Brutzel. Brutzel. So, das ist politisches Loot. Loot, 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 loot. Pocketball. Oh, ist das schön. Ein Waldspaziergang. Ja, mit ganz viel Schnetzel. Ja. Wie nett wie die Schnetzel. Ganz viel Fleisch. Ja. Alles klar, ich kam gerade eben an dem Grashalm nicht vorbei. Oh, der Grashalm. Natürlich. So fett geworden, ja? Ja. Auf einmal. Ich stand gerade hier. Ich kam. Ich kam hier nicht vorbei. Ich komme hier nicht vorbei. Wenn ich so hier geradeaus durchlaufen will, ich komme hier nicht durch. Hast du gerade den Tannenbaum Grashalm genannt? Ja. Ich habe keine weiteren Fragen. Okay. Weiter geht's. Yeah. Boah, wir müssten hier unseren Lager aufschlagen und am 24. Weihnachten feiern hier bei Skywatch. Das war so geil, wenn die ganze Welt dann so weihnachtlich geschmückt wäre. So wie an Halloween. Das ist ja richtig schön. Ja. Der komische. Mit den Bonbons. Ja. Das war voll cool. Ja. Das dann wieder vielleicht so ein Schneebandmonster oder so und sein Gegner ist oder so. Das ist ja voll cool. Oder ein böser Weihnachtsmann, den wir töten müssen. Ja, mit Kreissäge. Genau. Ganz viel Blut, so volles Massaker. Ja. Das wäre toll. So ein Left 4 Dead Verschnitt irgendwie. Mhm. Ich hoffe, da oben war das nicht der Sohn, ey. Ja, das hoffe ich auch. Da hinten ist potenzielles Loot. Hier bei mir? Ah! Ja, damit nicht hüpfen. Sammeln. Oh. Ja, aber das wäre schon echt schön, so. Wenn das Ganze dann richtig weihnachtlich so beschmückt ist. Ja. Christbaumkugeln an den Kadavern. Als Ohrringe vielleicht. Ja. Lass mich in Ruhe und stirren. Aua, du tust weh. Brutzen! So, Down. System of a Down. Oh. Hä? Was machst du? Ich hab die da hinten jetzt angegriffen, weil ich dachte, die wollen dich angreifen. Oh nein. Wollt dich beschützen. Oh nein. Das ist wie eine schlechte Fernseesendung. Ständig in Wiederholung. So, jetzt aber. So. Wir müssen jetzt die Sonde aktivieren. Ach, guck mal, da hinten. Voll der schöne See und Staudamm. Und da hinten das Schloss. Ich will da hin. Ich auch. Vielleicht kommen wir da noch hin. Nie im Leben. Interessante Orte haben wir nie gesehen. Da hast du auch wieder recht. Da, wo wir überall hinwollten, konnten wir nicht hin. Genauso wie wie die fliegenden Schlösser. Da konnten wir auch nie hin. Ja. So tragisch. Ja, für mich auch. Ich muss aufpassen, dass ich nie wieder die ganze Zeit ins Mikrofon schreie, aber ich glaube, das habe ich schon getan. Mist. Egal. Kann ich da runterspringen? Oh, ich rette dich. Nein. Du hast auch wieder einen gerettet. Ja. Da hinten ist potenzielles Luhut. Potenzielles Luhut, das tut mir super guuut. Luhut. Ich muss erst mal töten. Oh. Samir? Keiner kommt dir die Quere. Ich habe Schlagredis. Huch. Potenzielles Luhut, das tut mir gut. So. Gegen diese Wurz. Gehen wir mal da rein. Oh. Nö. Wo ist er denn jetzt hier? Oh, hier ist ein Toter. Oh. Hilfe auf meinem so verlegten Toter. Voll cool, ey. Jo. Oh. Nicht hier, da hat ein Toter. Ey, da ist schon wieder ein... Magierkack. So. Ich nehme mir das mal. Genau. So, wir haben einen Diabolisten-Tisch. Alter Schwede. Radlinge. Also, was. Ich nenne sie aber Radlinge. In meiner allerersten Folge habe ich sie Radlinge genannt. Radlinge. What? Where did it work? Okay. Da, 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 da. Willst du ihn retten, oder soll ich ihn retten? Mach du. Gönne ich dir. Danke. Gönne ich dir, Schwester. Ich werde dein treuer Anhänger sein. Explodier. Explodier. Los, komm, stirb. Ja. Stirb für uns. Okay, weiter geht's. Oh, da liegt... Oh, noch mehr Tote, Leute. Ihr habt ihr alle gedeutet, ihr muss sterben für das Vergehen, Menschen zu beurten. Wir bekämpfen Feuer, mit Feuer. Ja, und ich frage mich, was der Stab noch so alles kann. Warum? Ich habe gerade eben die rechte Maustaste gedrückt und dann einfach auf den Boden gehämmert. Also, tot. War gerade echt fasziniert. Wir müssen mehr Stäbe haben. Ja, und mehr Schlagringe. Oh ja. Die verleihen uns Macht. Oh ja. Brutzen. Brutzen. So. Da hinten ist noch ein Meer. Ich will mal die Töpfe erstmal töten. Also, ich meine, den Proviant zerstöre ich erstmal. So, wer bist du? Ja. Ein Diabolist. Okay, weiter geht's. So, wir haben noch Worlds. Bei uns sind jede Menge Worlds. Äh, da ist noch so ein Vorrats-Ding. Und hier ist auch wieder Vorrat. Und da hinten ist auch Vorrat. Wo bist du gerade? Ich bin hier wieder, wo wir gerade eben waren. Bei den ganzen Worlds. Ich empfehle, dass du dich deiner Aufgabe besinnst. Das Monster kann warten. Wer ist du? Baby, du bist unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Wo bist du denn jetzt? Ach, da hinten. Du teleportierst dich. Das ist gut. Ah, du bist da oben, hä? Ja. Ah. Hier. Ja. Bist du jetzt wieder. Ich bin... Bist du wieder weg. Ich bin hier. Komm zu dir. Ach, da. Jetzt bist du hier. Ja. Ich wollte hier oben hin. Das sind doch Worlds. Guck dir mal den Schatten hier an auf dem Boden. Genau hier. Guck mal Richtung Mauerwerk. Sieht doch aus wie ein Tannenbaumschatten, oder? Ja. Guck mal, wo der Tannenbaum stehen soll. Da steht keiner. Außer, dass es ein riesen Schatten von ganz da hinten von einem Wald. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ein bisschen, ja. Oder realistisch. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich mit Schatten nicht aus. Okay, da ist noch ein Tod da. Was müssen wir eigentlich hier machen? Ähm, wir müssen die Kadaver, Beschwörer und Wordpinderer beseitigen. Genau. Okay. So, ich geh wieder da hoch. Ich lauf wieder zurück zu den anderen Worlds. Die spawnen ja immer rein. Das ist gut. Tourismus. Ich finde, das hört sich an wie Tourismus. Das ist ja eigentlich auch Tourismus, was wir hier betreiben. Was für eine Art von Tourismus soll das sein? Achso, ja, Lebewesen töten, wenn man irgendwo hinten fährt, wo man nichts zu suchen hat. Genau. Okay. Du hast es abfasst. Aber wir sind ja eigentlich... Naja, gut sind wir nicht. Nee, wir zerstören wirklich alles. Für potenzielles Loot. Potenzielle Mörder. Für potenzielles Loot. Toll. Ich hab erst 37 fucking Prozent. Nervig. Ich hab 58 Prozent. Ups, ich wollte dich gar nicht angreifen. Aber gut. Aber ich fände es eigentlich schon mal gut, wenn wir aufgeklärt werden, wie die überhaupt irgendwie so auf unseren Planeten so gekommen sind. In der Hauptstadt haben wir doch uns mal die Geschichten von irgendeinem Party-Heilig angehört. Ja, stimmt. Das ist aber schon ewig her. Ja. Ich weiß auch schon eigentlich nicht mehr, um was es geht. Also, ich weiß schon, um was es geht. Dass die halt Invasionen hier haben. Oh, ich sterbe. Das ist gut. Einen Moment. Dass die hier irgendwie Invasionen haben und dass wir halt dafür sorgen müssen, dass die halt ausgelöscht werden. Mir weh, ich bin vielleicht tot. Oh, ich komme zu dir. Das ist nicht nur, das ist gar nicht nur. Okay, ich bin fast tot. Ich bin hier unten bei Astartus. Astartus. Ach, da unten. Ja. Also, wir haben hier Invasionen und ja. Dann viele Magier und viele Götter und die auch irgendwie verdorben wurden. Keine Ahnung. Alle kämpfen gegen alle. Jeder gegen jeden. Genau. Alles für einen. Das ist das Übliche. Ja. Aber wie so oft, und das sagen wir jedes Mal, wir müssten uns eigentlich die Geschichte noch mal vorne durchlesen. Eigentlich ja. Und hier ist ein Mensch, wo du retten kannst. Rette ihn. Renate. Dankeschön. Bitteschön. Mit halbnacken Beinen. Ja. Äh, geh mal weg von meiner Brust. Wusch. Danke. Kann ich da runterspringen? Nein, natürlich nicht. Ja. So. Guck mal, das Krabbenfee sitzt da oben. Warum? Ah, da ist Götter P. K. Legends. Dann machen wir mit, dann kriegen wir nämlich die Punkte. Komm, wir farmen uns Punkte. Oh nein, zu spät. Nein. Aber hier ist doch ein Meer der Albträume. Na gut. Ich seh zwar nichts, weil das Rattenvieh da vorliegt. Ich meine, das ist ein Krabbenvieh, aber gut. Ah, ich seh was. Ich seh was. Ey. Ey. Es werde Licht. So, down. Hm. Ah. Sehr gut. Na unten sind noch words. Wieder aufgetaucht? Wieder aufgetaucht, ja. Okay, dann machen wir mal. Hey, das sind unsere words. Geh weg. Du Arschloch. Betreib doch. So, ich brauche noch words. Ja, ich brauche auch noch words. Weil der Drecksack uns die words geklaut hat. Ich mach dich fertig. Er töten alle words. Wie gemein. Ach, Junge. Was für ein Level bist du denn? Reagiert ich. 34. Er ist Level 34. Toll. Ich seh nur irgendwas schießen. Echt? Ja. Ey, der ist einfach zu schnell. Das ist eine Sie. Das ist nervig. Die words sind wieder da. Ja, die schießt du bestimmt gleich wieder tot. Ja. Was hat mir? Ich hab hier Pumpe gefahren. Ich habe mir jetzt auch Punkte. Komme, was da wolle. Ich komme zu dir. Was? Sehr gut. Nimm dir die Schlagrieger. Ah, danke. Ich hab sie dir. Hab sie. Los geht's. Warte jetzt. Quest geschafft. Wir fehlt noch ein bisschen was. Wird's? Ich will words haben. Das sind words. Jede Menge. So, jetzt zeige ich euch. Obwohl ihr mich die ganze Zeit zagt habt. Ihr packt Viecher. So, 93. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar. Taucht auf. Los. Na. Wie gut. Wir haben deine Ruhe verhöhnt. Juhu. Juhu. Willst du den Stab haben? Ich hab noch einen. Löst er sich nicht gleich auf? Nein. Na gut. Auf geht's. So, jetzt. Triff den Händler im Dorf. Ungewöhnliche Bitte. Ja, okay. Ich würd mal sagen, auf zum Cheater-Tier. Ja. Geil. Synchron. Wie schön. No. Ich kann nicht hinlaufen. Bin zu fett. Ich auch nicht. Weg nicht gefunden. Hä? So, jetzt nochmal. Weg nicht gefunden. Vielleicht müssen wir erst hier raus. Wir müssen wahrscheinlich erst aus der Stadt raus, ja. So. So, jetzt aber. Aus der Stadt raus. Jetzt nochmal. Weg nicht gefunden. Hm, komisch. Immer noch nicht. Na gut, dann müssen wir manuell hinreiten. Ja. Wir können hier noch die Nachgut des Todes machen. Hallo? Cheater-Tier, lauf! Indem wir die Sonde aktivieren. Mhm. Und hier ist auch potenzielles Loot. Sehr gut. Können wir vielleicht wieder am Tannenbaum hängen? Hallo! Ja, ich auch. Ach, wir können uns runterbeugen. Ah, zu der Nachgut des Todes können wir also hinlaufen. In Reisen. Warum geht das denn? Hier durch dieses Löchlein. Hier. Okay. Bonde, wo gehst du hin? F? Okay, probieren wir nochmal. Wo müssen wir hin? Hier. Ich probier's nochmal. Ich auch. Äh, was hat der? Wir sind mitten im Kampf. Wir sind mitten im Kampf. Oh mein Gott. Nein, ich passe ja nicht durch. Äh, wir sind so fett. Ich bin durchgepasst. Bin durchgepasst. Tolles Deutsch. Ich töte sie. Stirb. Stirb. Brutze. Ich spüre eine Schub dunkle Energie. Ich auch. Ich muss auf Bucht. Wie? Ja, ich bin runtergerutscht. Oh, das ist ein Auto. Liegen da noch Pocketbälle? Potenzielle Pocketbälle. Überall ist potenzielles Luft. So, ich geh wieder auf mein Cheater Tier und versuch nochmal zur ungewöhnlichen Bitte zu gehen. Geht nicht. Weg nicht gefunden. Hm, komisch. Ich bin zu fett. Nee, ich passe durch. Dann gehen wir erstmal zu verjagt, würde ich sagen. Was ist das? Ähm, auch in der Richtung, aber 352 Meter. Seh ich gar nicht. Weg nicht gefunden, hä? Wir laufen erstmal hin. Kommen wir nicht durch, ja jetzt. Es ist bei unserem Zuhause. Hm. Extrem komisch. Und ich sehe, wir sind bereit für die nächste Folge. Oh, Überlänge. Oh. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.